Hallo, Sebastian hier von der Bogensportwelt und wir sind mal wieder bei einer Folge von Ah, Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. In dieser Serie möchte ich dir die 13 Grundregeln des Bogensports näher bringen. Regel Nummer 11. Trage passende Kleidung, die dich beim Schießen nicht behindert. Das heißt, weder die Ärmel noch der Torsoschnitt sollten zu weit sein. Auch Camouflage-Klamotten eignen sich nicht für einen Parcours-Besuch. Natürlich sollte die Kleidung auch dem Wetter entsprechend angepasst sein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dein Sebastian. Ciao.